Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Silent. Jetzt machen wir die vierte Welt. Ah ja, ich hatte noch mein Froschkostüm. Hm, das ist lustig. Ich glaube, den hebe ich mir jetzt mal auf. Genau. Oh, würde ich abschießen? Das lustige Level. Ach nein. Da verkacke ich doch bestimmt. Ich hab's gewusst. Ein Frosch. Komm mal her. Nein. Oh nein. Bitte nicht. Ein Pils. Das ist was. Lalalala. Ich hab's doch gesagt. Ganz toller Start in dem Part. Ich trau mir einen neuen Frosch. Kostet ja nur 20 Stunden. Ich hab noch 500. Das ist nicht gut. Hallo. Versuchen wir's nochmal. Ja, la, 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 la. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ich bin bewaffnet. Geht weg. Du, lass mich. Hier rüber. Nein. Das war schlecht. Was ist hier? Ja, ein Pils. Sehr gut. Nein. Gut. Komm schon. Das kann ich schaffen. Nein. Nein. Oh fuck. Oh fuck. Hier, geht weg. Nein. Genau auf meinen Kopf drauf gesprungen. Dieses blöde Vieh. Ist auch kein Gegend. Hat den Frosch irgendwo immer rauszuschmeißen. Und sich eng sammeln. Natürlich ist mein Frosch jetzt weg. Hier ist halt da solche Penner. Das ist so gemein. Oh. Natürlich. Warum auch nicht. Komm mal auf mich drauf. Natürlich. Wie viel eben hab ich noch? Jetzt hab ich noch 17. Ja. In das Level bin ich nicht gut. Da bin ich richtig schlecht. Das ist nix für mich. Versuchen wir es noch einmal. Das kann ja nicht wahr sein. Ich komm schon. Geht einfach weg. Geht weg. Nein. Ich wollte doch. Nehme ich jetzt den Frosch erstmal. Hier komm ich ein bisschen hier besser drüber. Ja. Nein. Was ist passiert? Irgendwie bin ich so weit. Man kann so sagen. Ich bin untergegangen. Ja. Warum auch immer ich so weit gesprungen bin. Und dann nicht mehr oben konnte. Ich muss das jetzt nicht verstehen. Wir haben schon. Ich will den Pathos erreichen. Ich will den Pathos erreichen. Also nochmal. Geh weg. Du auch. Dann durch. Natürlich hat mich das getroffen. Was sonst? War es nicht logisch? Nein. Nein. Oh. Okay. Das war mein erster Frustpart in diesem Projekt. Glaub ich. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht. Hey. Kann ich bei dem Frosch da nicht irgendwie durchschwimmen oder sowas in der Art. Das wäre viel besser. Ja komm. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ja. Wie mache ich das dann? Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Geh weg. Geh weg. Nein. Warum? No. Ach. Was soll der Scheiß? Ich habe mich doch bewegt. Oh. Die erste Stelle, wo ich jetzt hänge. Schön. Sowas gibt es ja auch immer. Immer wieder. Leider. Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Obwohl das in der Frosch hat eben kurz funktioniert. Egal. Du. Nein. Oh. Das war knapp. Sau. Knapp. Leute. Ja. 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 Das ist mir ein Pils. Warum? Ich gebe mir meinen Frosch. Das war es mit dem Frosch. Super. Weil er meinte, ich springe jetzt nicht. Brauche ich nicht. Wo ich die Sprungtaste gedrückt hatte. Gut. Hier ist noch ein Pils. What the fuck? Da kommt eine Menge. Und das ist das? Geh weg. Da. Da. Yes. Das Ziel. Level geschafft. Dankeschön. Hat hier überhaupt nicht lange gedauert. Gut. Gehen wir mal hier wieder Frosch kaufen. Kaufen wir auch mal zwei, drei, vier Leben. Und einmal speichern. So. Dann haben wir mal das zweite Level. Der vierten Welt. Dieses Level, ich erinnere mich, das ist nicht so schlimm. Eine Möhre. Die nehme ich mal gerne, wenn ich sie bekomme. So. Okay. Was haben wir hier? Da sieht es aus wie blaue Flammen. Ja. So was wie Geister. Ah ja. Der Stern in diesem Spiel. Wir wachsen und alles wird riesengroß bei uns. Alles. Ja genau. Ihr wisst, was ich jetzt im Hänge... Aber okay. Ähm. Ja. Na gut. Ach, diese Gegner. Hm. So. 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 Das haben müssen wir hoch. Okay. Ist das Ziel? Fragezeichen. Bucky. Platz. Yes. Das Ziel. Ganz toll. Das dritte Level. Ach nee. Hm. Ah, ist der Foschweg. Ja. Ist auch egal. Jo. Tschüss Schneeball. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Was ihr da von mir wollt. Ach. Die stehen ja irgendwann wieder auf. Ich würde gerade sagen, ich brauche keine ganze Möhre. Aber ich habe ja schon zwei Möhren. Äh. Habe ich ja die eingesammelt. Muss irgendwann eben passiert sein. Na gut. Du, lässt mich mal hier vorbei. Oder auch nicht. Ich hasse euch alle. Ich fliege jetzt einfach mal cool hier rüber. Na genau. Hierfür würde ich mich nearby brauchen. Den müsst ihr dann hier drauf. Aber das mache ich nicht. Da sage ich, Spiel lag mich. Das. Nö. Mach ich nicht. Das würde bestimmt Ewigkeiten dauern, was ich jetzt hinkriege. Fand da ja nö. Ich will nicht jeden geheimen Ausgang, wie schon gesagt. Ich will einfach nur durch das Spiel. Milone Möhre. Okay. Ah ja. Das lustige Level. Ja. Das war sehr lustig. Ich weiß. Super. Dieses Loch konnte ich mich jetzt nicht erinnern. Okay. Na gut. Na gut. Was mich so groß macht. Ich spost den Stern. Sondern. Nö. Mal hier für Powerpilz. Den normalen Pilz. Ist das ein Powerpilz? Ah ja. Ich habe es gerade gesehen. Ich habe ein Leben bekommen. Dieses Level ist perfekt. Und wenn man Leben sammeln will. Mal hier diese kleinen Fischer töten. Und dann läuft das eigentlich ganz gut. Wenn man nicht in den Tod stürzt. Ach ja. Versuchen wir es nochmal. Nö. Mal ein Pilz. Ein Powerpilz. Ja, na, na, na. Ja, na, na. Eingesammeln. Ja, ich bin immer noch groß. Das heißt, ich bekomme für das nächste. Ja. Immer noch Leben. Für den nächsten Gegner. Sehr schön. Nein. Ja. Die irgendwo war. Ja, genau. Da oben. Aber, na gut. Nicht so schlimm. Ich habe insgesamt Leben plus gemacht. Von daher stört mich das nicht so sehr. Vielleicht. Würde ich mir jetzt hier auch wirklich ein paar Leben. Obwohl. 20, 23 sind eigentlich schon eine ganz schöne Menge. Aber man kann auch nicht mehr jetzt genug haben. Das kann ich euch sagen. In diesem Spiel auf jeden Fall ist das so. Ah, mal kriegen wir Leben. Ah, jetzt Leben. Gut. Nächster Pilz. Wow, 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 wow. Egal. Ich habe zumindest den Pilz. Ah, ich bekomme doch noch Leben. Hat neu gereicht. Oh ja. So viel schöne Leben. Schade. Egal. Ach, natürlich. Ich habe mich jetzt getroffen. Egal. Ich versuche mir jetzt schon gleich auf das Level zu kommen. Ich habe noch ungefähr 30 Sekunden. Ah ja. Das hätte ich jetzt schön viel Leben gebracht. Wäre ich groß. Oh, oh. Komme ich hier durch. Ja. Wie weit ist das Ziel noch entfernt? Ich glaube zu weit. Richtig. Zu weit. Egal. Noch eine Runde Leben sammeln. Heißt das? 33. Oh ja. Das finde ich jetzt schön. Finde ich sogar sehr schön. Noch eine Runde Powerpilz. Da noch ein Leben. Da noch ein Leben. Da noch ein Leben. Da kein Leben. Nein. Schade. Okay. Versuche ich einfach jetzt bis zum nächsten durchzukommen. Wobei das an der Stelle hier etwas schwierig ist. Oh, das ging jetzt. Der müsste da oben sein. Richtig. Jetzt aber schnell. Das würde ich noch mitnehmen. Die nehme ich alle mit. Oh, jetzt schnell ins Ziel. Nein. Eine Sekunde von Ziel läuft die Zeit ab. Was soll das? Okay. Ich glaube ich brauche langsam erst genug geleben. Da bräuchte ich es nicht andauernd machen. Oh. Eine Sekunde. Nur weil ich dieses dumme Vier vielleicht unten mitnehmen wollte. Ganz toll habe ich das hinbekommen. Wirklich. Nein. Das war es wahrscheinlich, wie ich hier leben war. Ja. Einfach durch jetzt. Okay. Dann müssen wir ja praktisch nicht nachgelassen, oder? Bis ich schon nochmal mein Leben bekomme. Ah. So, jetzt aber. Neben da noch. Ach, jetzt auf einmal hat es geklappt. Wird nur 20 Sekunden Zeit. Okay. Ja, schön das sogar ein Laden. Gut. Kaufe ich mir. Nochmal zwei Leben. Ich habe nicht genug. Nee, überhaupt nicht. Und einmal speichern. Dann würde ich sagen, ich beende diesen Part schon mal hier. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei New Super Marissa Land. Also schau und bis zum nächsten Mal.